Ja hallo, ich spiele jetzt Baba Is You mit euch, damit der Chris glücklich ist und dabei werde ich erklären, was ich sehe und denke. Ja, wir wollen das Intro sehen. Blümchen. Baba. Hasentürchen. Noch ein Blümchen. Eine Wall. Ah, zwei Walls. Noch ein Blümchen und ein Rock. Ne, drei Rocks. Und hinter dem Blümchen, was versteckt sich da? Eine Flag. Okay. Okay, Baba Is You. Willkommen, Baba in meinem Kopf. Da gibt es ganz viele andere. Schnapp dir eine Hängematte und ist dir gemütlich. Die Flag ist wet und die Wall ist stop und der Rock ist push. Okay. Tür zumachen. Keine Zombies dürfen hinterher kommen. Okay. Das ist simpel. Eine Mario Level Selegate. Cool. Where do I go? I don't know. Pause. Ich will keine Pause. Ah, okay. Hm, kann man nichts drücken. Aber jetzt ist Wall kein Stock mehr, also kann ich durch. Und die Flagge muss ich jetzt um Win machen. Okay. Das kriegen wir hin. Und, hüpfen. Congratulations. Und, hüpfen. Congratulations. Das ist Out of Reach. Dann wollen wir erstmal wissen, was das ist. All is you. Flag ist stop. Flag ist stop. Cool. Baba ist Win. Ah, ich bin die Wand. Wo ist die Wand? Da ist die Wand. Okay, das ist das letzte Level nur in anders. Äh. Wenn ich da sage Fleck ist Win, dann müsste ich doch in eine Wand fällen und gewinnen können. Ja, kann ich tun. Cool. Ah, dann bleiben wir dabei, eine Reihenfolge zu machen. Out of Reach. Rock is push. Flag is win. Water is sink. Baba is you. Wall is stop. Hm. Hm. Und wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, dann ist das Wasser weg. Rock is push. Flag is win. Dann sagen wir doch einfach Rock is win. Rock and roll. Cool. Level 4. Still out of reach. Oh. Figur 1. Huh. Totenkapfel. TV. Rock is plus. Kann ich mehrere Rock pushen? Ja, kann ich. Okay. Wenn ich einen Stein empfand, stimmt so, passiert nichts. Okay, und ich kann auch nicht das Win einfach woanders hinschieben, wie gemein. Ich will auch mal ein bisschen Coworken machen, wie lange ein Stein ausgąć, ich weiß nicht, was ich gar nicht mich interessieren kann. Ich weiß nicht, wer alles hinschieben sind. Ich weiß nicht, was ich weiß. Sei das gar nicht. Ich weiß. Das ist ja auch. Das war ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du nicht grönt. Ich weiß nicht, was du nicht bist. Und du hast du nicht gewaltt. Und du hast du das Findest auf immer hier. Und du hast du erneut, weil du lässt uns Humboldts. Das ist jetzt einfach so, wie du das verwandt. mehr pushen kann. Kann ich dann da drüber rennen? Nein, dann stirbt man. Wie gemein. Restart. Ja. Okay. Man kann mit Steinen nicht verhindern, dass man stirbt. Man kommt aber auch nicht anders zu der Flagge. Wenn ich die Steine so hintereinander lege, dass ich damit das Skye nach vorne weckschiebe. Dann sind die Skyes anders. Ah, okay. Nummer 5. Volcano. Baba is melt. Oh nein. Baba is melt. Lava is hot. Was passiert, wenn ich das weg schiebe? Bin ich da nicht mehr Baba? Nein, jetzt bin ich nicht mehr Baba. Okay. Okay. Was bedeutet Baba is melt? Wenn ich da reindrehen schmilzt sich? Ja, dann ist das doof. Okay. 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 Wenn ich sage, ich glaube, das ist gut. Bis zum nächsten Mal.